Hallo liebe Freunde, ich habe vor euch ein rockiges Demo gemacht mit dem Unit 67, der zeigen soll, wie dieses Pedal euren Sound aufpäbt. Das habe ich gemacht mit meiner Brian May, die Burns Signature Pickups drin hat und ja, viel Freude beim Anhören. Hi folks, Unit 67, a fantastic Pedal from Croatia and I will show you in this video the difference between on and off. Okay, here we go. Roommet Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.